So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video schauen wir uns 10 Stärken von Jungfrau an. Ich habe ja mal schon mal ein Video gemacht über die Stärken. Und ich erneuere es jetzt einfach mit anderen Punkten vielleicht. Vielleicht ist auch alles ungefähr gleich oder ähnlich. Aber ich dachte mir, komm, warum nicht? Ich habe sowieso die Serie gemacht. Ich habe das auch mit Löwe jetzt gemacht bis Zwilling. Ich habe es nur anders genannt. Aber jetzt nenne ich es einfach Stärken, weil es kommt aufs selbe hinaus. Und warum ich das jetzt mache, ich mache jetzt jeden Monat fürs Zeichen, ist auch aus dem Grund, weil du diese ganzen Infos auch nutzen kannst, um die aktuellen Zeiten zu meistern und zu verstehen und zu implementieren. Das heißt, jetzt vor kurzem hatten wir die Jungfrauzeit. Ich nehme das gerade auf am 25. September. Wir sind jetzt schon in der Waagezeit. Aber wir hatten die Jungfrauzeit. Jetzt gerade haben wir, glaube ich, noch den Merkur-Jungfrau. Das war es dann aber auch schon. Und zu diesen Zeiten ist es immer wichtig, diese Jungfrauenergie anzuwenden, damit du im Fluss bleibst. Das wollen die Energien von dir aktuell dann haben. Und wenn du sie einfach nur ignorierst und sie nicht anwendest, dann bist du im Nachteil, ganz klar im Nachteil. Deswegen, das Universum will, dass du dann diese Energien nutzt, um bei dir im Leben weiter voranzukommen. Weil zum Beispiel die Zeit von Jungfrau, die hat ihre Vorteile, die ich jetzt nennen werde. Und das kannst du für dich nutzen, ganz klar. Okay. Übrigens, die Jungfrauenergie ist etwas, was vielleicht dieses Jahr, ich glaube auch nächstes Jahr nicht so, nicht so stark ist. Weil wir, also selbst wenn wir Planeten in Jungfrau haben, weil wir ganz einfach zwei Planeten, Saturn und Neptun in Fischer haben. Und das führt dazu, dass die Fischerenergie wahrscheinlich aktiver ist. Die ist eher da. Und wenn jetzt Jungfrauenergie war, da war wahrscheinlich auch ein Konflikt zwischen unserem Verstand und woran wir glauben. Unsere Intuition. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit Punkt 1. So, Jungfrauen, ihr seid einfach, muss man sagen, muss man euch sagen, muss man euch lassen, ihr seid zuverlässig. Es gibt genügend Leute, denen sagt man eine Sache und die sagen vielleicht ja, aber am Ende kommen sie nicht zu dieser Sache. Sie halten ihr Wort nicht, aber ihr zeigt uns, dass ihr das könnt. Bei euch wissen wir, wir können auf euer Wort vertrauen. Wir können auf, wir wissen, ihr haltet euer Wort einfach, ganz einfach, ihr seid zuverlässig. In jeglichen Situationen, ihr seid zuverlässig. Wenn man euch eine Aufgabe gibt, ihr könnt ihr sehr gut meistern. Ihr könnt die sehr gut angehen, angehen auf eine sorgfältige Art und Weise, wo andere vielleicht sagen, ja, ich mache das, aber sie machen es nicht so detailliert wie ihr. Das heißt, ihr seid extrem zuverlässig. Erster Punkt, in allen Situationen, das könnt ihr auf alles übertragen. Ja, okay, vielleicht nicht alles. Ja, jeder hat ja seine Stärken, also zum Beispiel, was zum Beispiel Spiritualität betrifft. Da sind jetzt Jungfrauen nicht die Zuverlässigsten. Beziehungsweise, die sind halt vom Verstand eher dann gesteuert, geleitet. Das heißt, Spiritualität ist etwas anderes. Das kann man mit dem Verstand nicht so leicht verstehen. Da sind sie zum Beispiel jetzt nicht die Zuverlässigsten. Aber, was alles andere betrifft, was diese Realität vor allem betrifft, diese Materie, da seid ihr einfach zuverlässig, das muss man euch lassen. Danke, dass ihr für uns da seid, wenn wir euch brauchen. Auf die Art und Weise, wie wir es auch brauchen. Okay, das ist wieder eine andere Thematik, aber ihr macht die Dinge, die getan werden müssen und auf euch kann man sich auch verlassen, wenn ihr euch entschieden habt, wenn ihr ein Jahr gegeben habt. Zweiter Punkt, ihr habt ein Verantwortungsbewusstsein, ein Pflichtbewusstsein. Ihr könnt Verantwortung übernehmen. Wenn wir sagen, hey, könnt ihr das tun, für uns, könnt ihr das grundsätzlich tun, auf der Arbeit, wo auch immer, dann weiß man, ihr könnt die Verantwortung dafür tragen. Und das bedeutet auch, dass ihr dann dafür sorgt, dass es eben, wie gesagt, perfekt ist, dass ihr das sorgfältig angeht und so weiter. Viele Leute können keine Verantwortung übernehmen. Können sie nicht. Und sie vergessen dann, wofür sie eigentlich verantwortlich waren. Aber ihr zeigt uns, hey, ihr versteht, dass man gewisse Pflichten dann hat und darüber eine Verantwortung trägt. ihr wisst, ihr habt auch automatisch in euch integriert, ist ein gewisses Pflichtbewusstsein. Ihr habt vielleicht manchmal dadurch auch Leistungsdruck, aber dadurch könnt ihr auch leistungsfähiger sein als andere, weil ihr irgendwie in euch drinnen alleine dieses Pflichtbewusstsein habt. Ihr wisst, ihr müsst Dinge tun. Ihr wisst, ihr könnt nicht einfach Dinge auf euch sitzen lassen. Ihr wisst irgendwie, hey, wenn ihr euch einer Sache gewidmet habt, dann müsst ihr auch konsequent daran weiter arbeiten. Okay, ihr seid manchmal aber trotzdem offen für neue Vorschläge vielleicht, neue Lösungen, aber das bringt euch nicht davon ab, dass ihr nicht euer Pflichtbewusstsein beibehält und die Verantwortung tragen könnt, für was auch immer ihr euch entschieden habt, die Verantwortung zu tragen. Ihr könnt das dann auch, vielleicht viele, wenn eine Situation in ihr Leben kommt, wo sie Verantwortung übernehmen müssen, können es dann nicht. Weil sie dann noch zu sein, ihre Emotionen vielleicht verloren sind. Weil sie noch andere Träume haben. Weil sie in ihrem Ego auch verloren sind. Sie sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Sie sehen nicht den Plan dahinter. Sie sehen nicht die Struktur, die eingehalten werden muss. Sie können ihre Emotionen, ihre Wünsche, ihre eigenen Vergnügen, ihre eigenen Wünsche nicht beiseite stellen. Das können sie nicht, aber ihr könnt das. Weil ihr wisst, hey, okay, das ist also jetzt hier der Plan. Das ist, was getan werden muss. Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren. Und das kann man auch nicht feiern. Okay, ich muss sagen, Jungfrauen sind eines der meistgehasstesten Zeichen eigentlich. Und vielleicht hat es auch irgendwo, ja, man kann dafür Verständnis haben. Weil es ist nicht immer gut angesehen, wenn jemand kommt und erstmal alles verbessern will oder auf den Plan achtet oder auf die Ordnung von den Menschen, ist das nicht gemocht. Es ist nicht unbedingt immer das Sozialste. Es verletzt vielleicht mal Gefühle. Aber ihr spielt eure Rolle. Und das brauchen wir in dieser Welt. Egal, ob ihr dabei vielleicht manchmal nicht die Nettesten vielleicht seid für andere oder so, wie sie es gerne haben möchten. Es ist nun mal so. Aber das ist eure Rolle und spielt sie weiterhin. Natürlich, ihr dürft euch trotzdem anpassen, wenn etwas verbessert werden darf. Und man sollte auch nicht zu sehr verloren sein in seiner eigenen Energie. Das ist wieder eine andere Thematik. Aber das sind eure Stärken. Ich will auch sagen, alles, was ich hier sage, das ist natürlich, das hängt natürlich von weiteren Faktoren ab. Wenn dein Mond wiederum in Fische oder Krebs ist, dann bist du auch nochmal, ja vielleicht ausbalanciert da dann. Bist du nicht zu sehr im Verstand, sondern kannst auch deine Emotionen zulassen. Das hat auch was Optimales. Das heißt, und wenn du aber zu viele Planeten in der Jungfrau hast, dann kann das auch negativ sein, dass du zu sehr in dieser Energie halt bist. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt nicht Jungfrau bist, und du hörst es dir an, das können wir von Jungfrau lernen, das können wir in der Jungfrau Zeit lernen und anwenden, das ist wichtig. Weiter. Du hast keine Scheu vor Arbeit, du bist stressresistent. Hat eigentlich auch mit den anderen Punkten zu tun, aber wollte ich hier nochmal hervorheben, wo andere sich, ja, flüchten, sich einfach weggehen vor ihrer Arbeit, ja, weil sie keine Lust haben, dann wisst, ihr wisst, hey, die Dinge müssen getan werden. Punkt. Gut. Okay? Und das kann man von euch lernen. Ihr seid auch in einer gewissen Form stressresistent, weil ihr, wie soll man das sagen, aber auch nicht ganz, manchmal kann, weil ihr als so pflichtbewusst seid, könnt ihr euch in sehr stressigen Situationen führen, aber trotzdem, im Gegensatz zu anderen seid ihr stressresistenter. Ihr habt einfach, ihr seht einfach das, was getan werden muss, aber passt auf, dass ihr eure Emotionen nicht vernachlässigt. dass ihr das nicht zu sehr tut. Am Ende ist stressresistent zu sein auch nicht immer gut, für Frauen vor allem nicht. Ansonsten, wenn vielleicht Männer das auch anschauen, Stress ist gut am Ende. Stress bringt uns weiter, lässt uns wachsen. Wir können an etwas arbeiten, wenn wir stressresistent sind. Wir können konsistent bleiben, wenn wir stressresistent sind. Wir können hart arbeiten, wenn es mal nötig ist. Ackern, wo andere flüchten. Ich habe ein Haus gebaut, zum Beispiel, ich persönlich. Da hat mir meine Stierenergie geholfen. Das ist immer die Erdeenergie, Jungfrau, Stier, Steinbock. Das ist wichtig, wenn wir etwas bauen wollen, in jeglicher Art. Sei es jetzt wirklich physisch oder einfach an einem Ziel. Da ist die Erdeenergie wichtig und das zeigt ja uns Jungfrauen auch. Wir können dann nicht flüchten. Ich habe 16 Monate an dem Haus gearbeitet. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt weg. Kann ich nicht machen, weil ich schon angefangen habe. Ich muss jetzt stressresistent bleiben. Und ich weiß, der Stress, der formt mich und der macht mich stärker. Aber pass auf, dass es ordentlich zu sehr macht, weil sonst führt es zum Burnout natürlich. Vor allem an die Frauen. Entspannung ist auch mal natürlich angesagt. Wichtig. Vierter Punkt. So. Ihr seid nicht verloren in Fantasien. Und das ist wirklich etwas Gutes. Etwas Gutes. Natürlich nicht nur gut, aber etwas Gutes in dem Sinne. Ihr seht, habe ich das ja zugeschrieben, aber das kommt gleich. Aber ja, bleiben wir dabei. Ihr seid einfach nicht verloren in Emotionen, in Fantasien, in irgendwelche Träume. Ihr könnt die Dinge so sehen, wie sie sind. Ihr seid nicht zu sehr chaotisch dadurch. Emotional chaotisch seid ihr nicht. Nein. Ihr könnt eure Emotionen dadurch kontrollieren. Vielleicht vernachlässigt ihr manchmal eure Emotionen, vergisst das nicht, aber eure Stärke ist trotzdem dadurch, ihr seid nicht Opfer eurer Emotionen. ja, ihr zeigt uns, dass man eben manchmal nicht nur fantasieren kann und ein Kind sein kann und in der Kreativität verloren sein kann. Nein. Das war alles. Erwachsen werden hat auch damit zu tun, dass man eben nicht nur in seinen Fantasien verloren ist. Aber weißt du, was hier der Punkt ist und kurzer Side-Fact? Das Beste ist, wenn du beides kombinieren kannst. Die Fantasie plus deine Arbeitskraft. Ja, sozusagen. Aber trotzdem, das ist was Positives an euch, das können wir alle von euch lernen. Ihr seht irgendwo die Dinge so, wie sie sind. Und ihr habt den Plan weiter vor Augen. Und selbst, wenn ihr ein Ziel habt, ihr gestaltet es so, dass es realistisch ist und dass es irgendwo erreichbar ist mit einem gewissen Plan, mit einer gewissen Struktur. Nicht nur irgendeine Fantasie. Ja, ich möchte jetzt das und das. Und dann, nach ein paar Tagen ist es wieder weg. Nein. Ihr habt vielleicht nicht so eine mega Wow-Fantasie. Ja, ja, ich will unbedingt das. Nein, ihr habt etwas. Mhm, okay. Das ist für mich etwas, das möchte ich erreichen. Und dann könnt ihr einen guten Plan dafür machen und eine Routine aufbauen. Eine Routine, Stichwort, das hat sehr viel mit Jungfrorenergie zu tun, die Routine. Könnt ihr euch dann aufbauen und konsequent an dieser, ja, kleineren Fantasie, ja, also einfach an dem realistischen Ziel ranzukommen, daran zu arbeiten, um es dann zu realisieren. Und daran seid ihr gut. Ja. Aber, trotzdem hier auch noch eine Sache, manchmal dürft ihr groß denken. Ja, also wenn ihr zu sehr in dieser Energie seid, ist das natürlich auch nicht gut. Aber das ist trotzdem eine Stärke. Ihr seid nicht verloren in eurer Emotionen, Fantasien, Intuition, Kreativität, ihr seid da nicht verloren. Das heißt, ihr könnt euch auch nicht, wenn ich es mal so sagen darf, verarschen lassen. Könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht so leicht. Ihr seid nicht so leichtsinnig, so leichtgläubig, gutgläubig, naiv. Seid ihr nicht und das ist gut an euch, das lernen wir von euch. Wenn ihr Leute habt, wie Fische, Krebse, vielleicht auch Skorpione, aber vor allem auch Löwe, Schütze, Widder, wenn ihr solche Leute in eurem Leben habt, ihr zeigt denen, hey, das ist jetzt Sache, Mann. Das musst du jetzt machen. Du kannst das nicht vernachlässigen. Komm raus aus deinem Traum. Sei nicht mehr zu naiv. Wenn du vielleicht jemanden hast, der immer wieder irgendwas Neues findet oder eine neue Beziehung findet, immer wieder. Du bist die Person, die ganz klar sagt, hey, das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Du kannst dich nicht immer weiter verlieren an deinen Emotionen. Dafür bist du da, für die anderen, dass du das Ding klar machst. Und mach weiter. Mach weiter so. Viele Leute brauchen das, aber auch nicht übertreiben natürlich. Du kannst ja jetzt nicht jeden beurteilen. Das ist vielleicht ein kleiner negativer Punkt an Jungfrauen. Manchmal haben sie diese Tendenz, weil sie eben sehr gut die Dinge erkennen können, sie sind sehr scharfsinnig, können sie eben manchmal auch vielleicht verurteilen leicht. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir vielleicht aufpassen. Und manchmal ist es gut, sich auch neu zu verlieben, an etwas Neues zu glauben und zu hoffen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das darf Jungfrau lernen. Und ich sage es dir, je mehr du aber deine Gegenseite, dazu muss ich auch mal wieder ein neues Video machen, nämlich Fische auch mehr implementierst, desto besser kommst du in deine Kraft. Zum Teil. Natürlich dürfen wir es nicht übertreiben, alles, aber je mehr kannst du dann aus der Jungfrauenergie auch noch etwas Besseres machen. Je mehr du von Fische deiner Opposition auch lernst. Ansonsten, fünfter Punkt, Ordnung, einfach Ordnung, auf allen Ebenen. Mental habt ihr eine gewisse Ordnung und einfach auch physisch vielleicht. Naja, ihr seid wahrscheinlich die, die ein schönes Zuhause haben. Es sei denn, wie gesagt, es gibt immer negative Jungfrauen. Das kommt ganz drauf an. Eine Jungfrau kann auch extrem verloren im Kopf sein und extrem kritisieren und perfektionistisch und so weiter, so weit, dass es sich verloren hat in der Arbeit, vielleicht sogar viel zu hart gearbeitet hat, Burnout hatte, Depression hatte, das ist dann ein negatives Beispiel von Jungfrauen, die wird dann wahrscheinlich keine schöne Wohnung haben. Aber in den meisten Tendenzen haben Jungfrauen einfach so eine gewisse Neigung, dass sie Ordnung brauchen, was automatisch dazu führt, dass ihr Umfeld ordentlich aussieht, eine gewisse Ordnung und Struktur hat und das versucht ihr auch mental mit euren Gedanken. Emotional, vernachlässigt ihr vielleicht manchmal, eure Emotionen sind dann so, die warten auf euch, dass sie sie endlich erkennt, aber mental habt ihr eine klare, einfach eine Klarheit und diese Klarheit kann man von euch auf jeden Fall mitnehmen, das ist wichtig. Hey, bleib mal klar, denk mal genauer nach, das was du sagst, stimmt das wirklich, kannst du das wirklich anwenden oder wie kannst du es anwendbarer machen, ihr habt einfach diese gewisse mentale Ordnung und das ist mir sehr stark aufgefallen, deswegen mache ich ja diese Videos, weil mir zu diesen Zeiten immer diese Energie auffällt. Ich konnte so viel klarer denken, es ist einfach so, ich konnte viel besser planen mit dieser Jungfrauenenergie, das ist was Wunderbares, deswegen, ich feiere das, wenn man mit dem Fluss geht, wenn man die Energien dann auch nutzt, die da sind. Deswegen kann ich es jedem mitgeben, das zu machen, wenn wir die gewissen Zeiten haben. So, weiter geht's. Sechster Punkt, das wollt ihr jetzt hören. Das wollt ihr jetzt hören. Sechster Punkt, Jungfrau, ihr seid einfach intelligent. Okay? Ihr könnt einfach sehr gut analysieren, denken, Punkt. Was soll ich weiter sagen? Ihr könnt die Informationen, die ihr auch bekommt, wenn ihr etwas liest, wenn ihr, wenn euch jemand etwas erklärt, erzählt, könnt die Informationen extrem gut aufnehmen und verarbeiten. Ja, muss ich gar nicht sagen. Das ist eine immense Stärke von euch. Viele Leute, ich gehöre dazu, ich rede hier auch von mir, ich gehöre dazu, mit meinem Merkur in Widder. Mit meinem Merkur in Widder bin ich manchmal viel zu schnell noch unterwegs und vergiss dann einige Sachen, beziehungsweise, ich merke mir Dinge nicht, aber ihr, Jungfrauen, ihr seid von Merkur regiert. Merkur, merken, ja, das heißt, ihr habt es automatisch im Blut, dass ihr euch Dinge besser merken könnt, vor allem im Gegensatz zu Zwillinge. Zwillinge ist auch von Merkur regiert. Zwillinge ist noch manchmal zu sehr in der Luft, sodass sie dann doch leichter vergessen können, als ihr. Weil ihr seid Erde, Erdzeichen, können aufnehmen. Das heißt, sie sind in der Logik, aber im Gegensatz zu Luft, die die Logik auch weiter direkt nach außen bringen und weiter ausdrücken, deswegen sind sie kommunikativer, im Gegensatz zu denen, sind ihr die Logik und verinnerlicht sie noch mehr, was euch nützlicher erscheinen lässt. Also was, ihr seid einfach praktikabler. Ja, und das wollte ich einfach sagen, ihr könnt euch Dinge merken, genau. Also jemand erklärt euch was. Und zum Beispiel ich, genau. Ich höre das und ich nehme einfach nur die Zusammenfassung. Einfach nur das Gefühl, was es mich fühlen lassen hat und die Zusammenfassung. So, dieser Aha-Moment. So, das ist mein Merkur und Widder. Ich suche dann das, okay, okay, das war jetzt verändern für mich, das war jetzt neu, das habe ich jetzt aufgenommen, das war es, mehr habe ich nicht aufgenommen. Ich kann euch Dinge manchmal nicht genauer erklären. Das kommt mehr von der Intuition, vom Gefühl, weil ich mein Merkur und Widder habe, weil ich mein Venus und Widder habe und meine Sonne. Das heißt, manchmal kann ich von euch Jungfrauen lernen, denn ihr nehmt die Dinge wirklich auf. Wie als wer hat ihr ein Buch? Und die könnt ihr dann viel besser wiedergeben als jeder andere, weil ihr nehmt euch auch eine gewisse Zeit dafür, die Dinge zu verstehen. Ich nehme mir vielleicht keine Zeit dafür, ich höre mir kurz was an, das war es. Mehr mache ich nicht. Deswegen kann ich es dir gleich nicht so gut erklären. Beziehungsweise, ich gehe mehr auch durch meine eigene Erfahrung. Ich mache das mehr vom Gefühl, von der Intuition, so wie mit Astrologie. Ich habe kein Astrologie-Buch gelesen. Keins. Ich mache das viel mehr vom Gefühl, von der eigenen Erfahrung, die Erlebnisse, die ich dadurch bekommen habe, was mich geprägt hat und so weiter. Ein paar Hauptinformationen, natürlich habe ich, habe ich gelernt, aber mehr vom Hören. vom Hören und Sehen. Ja, das ist ja Feuer. Sehen und fühlen. Wobei Jungfrau eher natürlich vielleicht besser ist im Lesen und du weißt, was ich meine. Aber das ist die Art, wie ich zum Beispiel mit Informationen umgehe, mit meinen Merken, aber ihr im Gegensatz dazu könnt wirklich die Dinge viel besser aufnehmen. Das macht euch intelligent. Das macht euch intelligent auf eine Art und Weise beziehungsweise okay. Intelligenz impliziert vieles. Intelligenz ist irgendwo eine Mischung von allem. Also, dass man auch mal in Emotionen sein kann, dass man auch reflektieren kann, auch an etwas Höheres vielleicht glauben kann. Also, Intelligenz ist natürlich ein gefährliches Wort, das ist so leicht zu nutzen. Aber trotzdem, ich sage es einfach, ihr seid intelligent vom Wissen, von der Bildung her. Ihr könnt sehr gebildet sein, sehr viele Informationen haben und den anderen gut weitergeben und gut lernen. Ihr seid sehr gut im Lernen, wenn ihr euch dann einer Sache widmen könnt. Manchmal, vielleicht wenn eine Sache zu weit hergeholt ist, dann könnt ihr euch der Sache nicht so leicht widmen. Weil sie einfach zu weit hergeholt ist. Was sollt ihr denn damit anfangen? Es hört sich ja nicht mal nützlich an. Im Vornherein macht das schon keinen Sinn. Aber passt auf, dass es euch dann nicht davor blockiert, weiter herauszufinden. Weil manchmal reagiert euer Verstand euch zu sehr und der Verstand ist aber limitiert. Der kann niemals verstehen, dass es Geister gibt oder so, zum Beispiel. Aber es gibt die Geister und wenn du nur vom Verstand dann bist, dann wirst du niemals verstehen, was hinter dieser geistigen Welt eben ist, zum Beispiel. Deswegen, das ist ein anderer Punkt, aber trotzdem, ihr seid, einfach weil ihr so gut analysieren könnt auch, extrem, intelligent könnt ihr sein. Siebter Punkt, eure Scharfsinnigkeit. Jungfrauen, ihr seid einfach scharfsinnig. Ja, weil ihr, ihr müsst verstehen, Jungfrauen sind veränderliche Erde. Erde schaut auf die Realität, auf die Logik, auf die Nützlichkeit. Und ihr seid Modalität veränderlich, ihr Jungfrauen. Das heißt, ihr seid also irgendwo offen und anpassbar mit verschiedenen Wegen, wie man praktikabel sein kann. Das macht euch automatisch auch scharfsinnig. Ihr könnt die Details viel besser erkennen, ihr könnt die Fehler besser erkennen, was nicht stimmt. Ja, ihr guckt euch ein Haus an und analysiert jede Ecke. Der Steinbock, gebe ich immer ein sehr gutes Beispiel, der Steinbock ist die kardinale Erde, das heißt, er kreiert erst mal. Okay, hier, das ist der Plan, der Anfangsplan, lass uns dieses Haus bauen. Das ist die Anfangsstruktur. So, dann kommt der Stier und der baut dann konsequent an diesem Haus. Der baut und baut und baut und das dauert ja lange. Deswegen, der Stier ist ja fix, fix der Erde. Dann kommt die Jungfrau, die kommt ab und zu mal rein und vor allem auch am Ende schaut sie, hey, was fehlt noch, was wurde noch nicht gemacht, was muss noch verbessert werden an der Konstruktion. Ihr spielt diese Rolle, die verändernde Rolle, dass ihr nochmal Dinge dann anders formt, sodass sie noch besser und effizienter sind. Das macht euch scharfsinnig. Was soll ich dazu weiter sagen? Ihr kennt die Fehler, ihr findet Lösungen und das macht euch hilfreich. Das macht euch hilfreich. Das macht euch sehr nützlich für uns in dieser Welt. Hätten wir eure Energie nicht, was würden wir machen? Und auch wenn jemand euch was sagt, zum anderen Punkt nochmal, ihr seid nicht so naiv, ihr seid sehr scharfsinnig, ihr denkt nochmal genau nach, hä, kann das wirklich stimmen, was mir diese Person gesagt hat? Liebt mich diese Person wirklich oder was zeigt sie mir an ihren Handlungen vielleicht auch? Übrigens nicht wundern, ich habe immer so einen Wartenfallstift. Ich mache keine Werbung für Wartenfall. Ganz im Gegenteil. Aber okay. Okay, weiter geht's mit dem achten Punkt. Ihr erklärt Dinge, wie sie sind. Ohne Hokus-Pokus. Sondern ihr seht, ihr seht wirklich die Realität. Also so wie es wirklich ist. Wenn dieser Stift herunterfällt, so, es fällt herunter, auf dem Boden natürlich oder sonst noch was. Es gibt Leute, die fragen sich, okay, warum fällt mir dieser Stift runter? Habe ich gerade was Falsches gesagt? So, das heißt, sie sehen die Bedeutung dahinter. Sie versuchen die Bedeutung herauszufinden. Warum passiert dies? Warum passiert das? Und es machen Fische, es machen Schütze, auch Krebse, zum Teil auch Feuerzeichen grundsätzlich. Feuer- und Wasserzeichen macht das mehr. Die fragen dann nach dem Warum. Ihr aber, als R-Zeichen, als Jungfrau, wo Jupiter-Energie fehlt und Neptun-Energie, ihr könnt, ihr seht einfach die Dinge, wie sie sind. Hey, ich war unaufmerksam, mir ist der Stift hingefallen. Ich war einfach unaufmerksam, nächstes Mal bin ich aufmerksam, weil ich halte es in einer gewissen Form, dass es nicht mehr herunterfällt. Und das wendet ihr in jeder Situation an. Also wenn ihr einen Unfall habt, es ist aber natürlich nicht immer positiv, aber es ist trotzdem manchmal hilfreich. Ihr hattet einen Unfall. Okay. Ihr fragt euch nicht, oh, warum ist das passiert? Was möchte Gott mir sagen? Nein. Ihr seht einfach, hey, ich war wirklich unaufmerksam. Ich war einfach viel zu schnell. Ich war zu hektisch unterwegs. Punkt. so. Und das Gute daran ist, es gibt aber immer zwei Seiten, aber das Gute daran ist, dass ihr wirklich direkt eine perfekte Lösung dazu findet, weil ihr die Realität so sieht, wie sie ist. Das heißt, ihr könnt besser daran arbeiten, dass es auch direkt anders dann umgesetzt wird. Aha, okay, guck mal, das ist aus dem und dem Grund passiert, warum ich diesen Unfall hatte. Lass mich jetzt ein System erschaffen, dass das nicht mehr passiert. Okay, ich war also am Handy. Ab jetzt gehe ich nur noch ans Handy, wenn die Ampel rot ist. Vielleicht gehe ich kurz ans Handy, wenn es unbedingt nötig ist. ansonsten gehe ich nicht ans Handy. Das ist jetzt mein System. Das ist jetzt die Regel und die wird eingehalten. Egal wie meine Emotionen mich beherrschen wollen, diese Regel wird eingehalten. Und das ist eine extrem gute Sache. Nur die andere Sache ist, vielleicht passieren Unfälle manchmal aus einem bedeutsamen Grund. Vielleicht hast du an etwas Bestimmtes gedacht. Vielleicht will dir das Leben was sagen. Und dafür darfst du dich natürlich nicht verschließen. Das ist dann wieder eine andere Sache. Aber trotzdem, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Stärke irgendwo, die man auch mal braucht. In gewissen Situationen braucht man einfach diese Realität. Hey, jetzt mach dir nichts zu so großem Kopf, warum das passiert ist. Das ist einfach deshalb passiert. Mach es jetzt einfach besser. Also Punkt. Das heißt, man kann direkt anwenden und verbessern. Durch deine Energie, Jungfrau. Das würde ich einfach gesagt haben. Und das ist auch übrigens verantwortungsbewusst. Weil es gibt dann Leute, die sagen immer, ja, das musste passieren aus einem Grund und so weiter. Aber weißt du, was das manchmal ist? Es führt manchmal dazu, dass man Dinge nicht darüber die Verantwortung richtig hat und dann sagt, ja, es muss aus einem Grund passieren. Aber manchmal lenkt man dann von sich ab. Aber eigentlich hat man selbst wirklich einen Fehler begangen. Egal, ob es passieren sollte aus irgendeinem Grund. Und das dürfen manchmal spirituelle Lernen. Hey, okay, es gibt vielleicht Gründe hinter sehr vielen Sachen. Aber vergiss nicht, dass du die Verantwortung dafür trägst für deine Fehler und du direkt daran arbeiten solltest. Egal, warum auch immer das passiert ist und ob es einen größeren Grund gibt. weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Neunter Punkt. Ihr sucht die Nützlichkeit in Dingen. Das macht euch auch hilfreich, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, zu euch kommt jemand mit einer Sache und ihr könnt sofort ausblenden, was nicht nützlich ist. Ihr könnt direkt sagen, hey, schau mal, das, was du mir gesagt hast, das war gut. Der Rest ist aber wirklich einfach nicht nützlich. Punkt. Ihr könnt auch mal hart sein. Ihr könnt den Leuten auch mal die Wahrheit dadurch sagen. Versteht ihr das? Das ist das Gute. Ihr nehmt kein Blatt vom Mund manchmal, wenn es darauf ankommt, weil ihr die Fakten auf den Tisch stellt. Ihr schmeißt die Fakten auf den Tisch. Hey, so sieht es aus. Punkt. Das ist nützlich. Das ist realistisch. Das ist nicht realistisch. Und so sehr es anderen auch wehtut und verletzt und euch es unsympathisch aussehen lässt, ist es egal. Weil ihr hilft den Leuten. Hilft den Leuten, an sich zu arbeiten. Aber ihr macht euch vielleicht unbeliebt. Aber hey, egal. Es ist eure Rolle. Werdet vielleicht nicht die meisten und besten Freunde haben. Aber dafür habt ihr einen gewissen Plan und ihr belügt euch nicht selbst. Okay, das ist wieder eine Aussage, die nicht unbedingt immer stimmt. Ihr belügt euch nicht selbst im Sinne von, okay, was ist nützlich, was ist ordentlich, was muss getan werden, was ist meine Pflicht. Da belügt ihr euch nicht selbst. Ihr belügt euch vielleicht manchmal selbst, was eure Emotionen betrifft, eure Verletzlichkeit, eure Liebe. Das ist vielleicht auch was anderes. Jeder hat seine Sachen, wo er sich belügt. So, 10. Punkt. Ihr steht für das Ende vom Sommer. Das heißt, wir hatten jetzt das Ende vom Sommer. Was passiert da? Man kann die Dinge mehr ernten, die man gesät hat. Man muss auch mehr arbeiten. Man muss die Ernte halt pflücken usw. Dass ganz viel Arbeit kommt. Man hatte den ganzen Sommer lang Spaß. Krebszeit, Löwezeit, das sind sehr spaßige, kindliche Energien. Die nicht auf die Realität schauen, aber dann kommt es auch mal zum Ende zum Sommer und dann muss man auch mal ernten. Dann muss man auch mal handgreiflich werden, damit man dann auch etwas zum Essen hat am Ende des Tages. Damit man das auf dem Teller hat. Und das bringt ihr uns irgendwo bei. Diese Energie, das Ende vom Sommer. Hey, ist es okay mit dem Spaß? Wir sollten uns aber auch zentrieren, zurückkommen, eine gewisse Ordnung wieder schaffen. Um dann offen zu sein für etwas Neues, die Waage-Energie für den Anfang vom Herbst. Damit wir uns darauf vorbereiten, dass wir schon etwas beendet haben. Wir haben den Sommer beendet, in irgendeiner Art und Weise. Diese Energie bringt ihr einfach mit. Ihr steht für die Ernte. Für das Ende vom Sommer. Ihr seid immer noch so relativ irgendwo so junge Energie. Ihr seid fast in der Mitte mit Waage als sechstes Zeichen. Aber trotzdem noch eher jung und erlebend und aufbauend. Sommerenergie ist ja immer noch so ein bisschen erfahren. Und diese Energie habt ihr noch ein bisschen. Aber ihr seid das Ende der Erfahrung. So langsam. Und hier steht auch übrigens für den Darm. Nochmal dazu möchte ich das sagen. Das heißt, passt auf euren Darmbereich auf. Und weil wenn ihr zu viel in eurem Verstand verloren seid, immer nur alles überdenkt, euch zu viel Stress macht, jede Pflicht eingehen und angehen müsst, jede Routine einhalten müsst, je mehr kann es euch zerstören. Im Darmbereich passt darauf auf. Das heißt, übertreibt diese Energie natürlich auch nicht, was ich hier gerade alles sage. Ja, dass ihr das mal mitnehmt. Aber ja, wofür steht der Darm? Der Darm steht dafür, okay, es hat Spaß gemacht, die Dinge zu essen. Es hat gut geschmeckt. Aber jetzt müssen wir gucken, dass der Darm alles reinigt, sortiert, das, was nützlich ist, filtert, nutzt und so weiter. Und dafür steht ihr, für den Darm. Also, ihr müsst euch eigentlich nur den Darm anschauen. Es ist zwar eklig, immer auf jedes Detail gucken zu müssen. Es ist nicht das Schönste der Welt, aber es muss getan werden, damit wir weiter aufbauen können, damit wir weiter überleben können. Also, eure Energie ist essentiell. So kann man das auch sehen. Ihr seid der Darm. Ihr könnt alles genauestens filtern und das macht ihr auch mental. Ihr handelt, wie der Darm handelt. Das ist die beste Zusammenfassung, die man euch theoretisch geben könnte, was alles andere erklärt. Das heißt, ihr filtert die Dinge, was stimmt nicht. Hier, diese Person, die stimmt nicht. Guck mal, wie die sich verhält. Das stimmt noch nicht mit meiner Arbeit, mit meiner Ordnung. Das muss noch verbessert werden. Ah, guck mal, das kann ich nutzen. Das ist gut. Das nutze ich jetzt für diese und jene Sache. Aber das ist nicht gut. Das muss ich entfernen. Genauso wie der Darm handelt. Und vielleicht braucht es auch so eine gewisse Zeit. Es ist nicht immer eine schöne Aufgabe, aber es ist einfach die Pflicht. Es muss getan werden. Und es tut vielleicht auch weh. Man muss den Spaß verderben. Es hat zwar geschmeckt, die Süßigkeit, aber die Süßigkeit hilft eben nicht. Das muss weg. Das bringt uns nichts. Weg mit dem zu viel Spaß, zu viel Vergnügen. Und diese Philosophie im Prinzip könnt ihr auf euer Leben, auf eure Handlungen, wenn ihr, ihr habt wahrscheinlich die Sonne in Jungfrau, das könnt ihr darauf anwenden. Ich muss auch sagen, manche Leute mit Jungfrau, Sonne, mindestens ein Drittel davon, haben den Merkur auch noch in Jungfrau. Und ihr habt wirklich eine Fähigkeit, ihr seid sehr, sehr gut im Verstand. Sehr gut im Verstand. Sehr gut. Weil der Merkur liebt es, in Jungfrau zu sein. Das heißt, ihr seid sehr kluge Menschen. Wenn ihr vielleicht aber zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ihr die Sonne in Jungfrau habt, aber ihr habt zum Beispiel auch, ihr könnt zum Beispiel auch Waageenergie oft haben oder auch noch Löweenergie. Das heißt, ihr könnt vielleicht auch Jungfrauen sein, die noch ein bisschen spaßig sind. Wenn ihr noch ein bisschen Löweenergie habt, das heißt, ihr könnt auch offen sein für Spaß und was erleben. Wenn ihr Waageenergie habt, macht es euch ein bisschen sozialer, ein bisschen fähiger, noch mehr zu lieben. Wo Jungfrauenergie hat, manchmal Schwierigkeiten zu lieben, aber diese Energie könnte dir dann helfen. Und ihr habt manchmal auch den Venus in Waage, dann seid ihr sehr gute Liebhaber. Ihr könnt sehr gut lieben. Aber in den Handlungen eben nicht. Weil Jungfrau, das ist ja ein anderer Thematik, wir wollen ja über die Stärken reden in diesem Video, aber Jungfrauen sind nicht die Besten im Lieben. Nur mal kurz so als nebensächlicher Fakt. Aber ja, das wollte ich sagen. Dazu, achtet auf die anderen Planeten, die sind wichtig. Merkur und Venus werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in Waage oder Löwe sein. Bei euch noch. Das heißt, diese Energien habt ihr dann auch noch. Schaut euch das vorherige Video an und das, also Löwe und das Waage-Video, was auch noch nach dem kommt. oder grundsätzlich ein Video zur Waage und Löwe. Aber bei mir kriegt ihr die besten Infos. Okay. Elfter Punkt, habe ich noch was? Ah, euer Wort steht für ich analysiere. Das ist euer Wort. Ich analysiere. Oder man kann auch sagen, ich arbeite. Kann man auch sagen. Das ist euer Wort. Und die Farbe, für die ihr steht, ist braun. Eine braune Farbe. Schaut euch mal allein die braune Farbe an. Das sagt euch schon, was die Energie von Jungfrau bedeutet. Die braune Farbe. Ja, braun. Wir haben hier eine Kekspackung. Ja, bio natürlich. Ja, ist nichts Gesündes, aber man darf sich auch mal manchmal was gönnen. Auch wenn Jungfrau das nicht möchte. Tut mir leid, Jungfrau. Aber, die braune Farbe, das ist Jungfrau. Das sagt uns also, was Jungfrau, wofür sie steht. Oder hier, braun. noch besser. Hätte ich meine Kekspackung nicht zeigen müssen. Nee, Spaß, aber das ist die braune Farbe. Was sagt es uns? Braun sieht vielleicht langweilig aus. Es ist nicht das Spaßigste. Okay. Es ist etwas Neutraleres. Es ist aber etwas Stabiles irgendwo. Es ist irgendwo auch immer enthalten. Der ganze Boden ist braun bei mir hier. Bei euch wahrscheinlich auch. Das heißt, irgendwo ist es immer da. Es hat eine gewisse Wichtigkeit. Es steht für Stabilität, für eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Ordnung. Es muss irgendwo sein. Es ist eine Pflicht. Wir können ja nicht auf Gras in der Wohnung leben. Oder guckt euch die Bäume an mit den Stämmen. Eine braune Farbe, etwas sehr, sehr bodenständiges einfach. Nur, dass die Jungfrau aber trotzdem noch veränderlich dabei ist. Eine Modalität veränderlich. Ja, aber für die braune Farbe stehen, ist es nicht unbedingt immer die tollste, erregendste Farbe. Aber es ist da und es ist nützlich und es ist eher neutral. Also ihr könnt euch selbst, man braucht nicht immer, das kann man vom Gegenteil von Jungfrau lernen, man braucht nicht immer Dinge genau lesen. Okay, was steht jetzt für die braune Farbe? Ihr könnt euch selbst denken, lasst es auf euch wirken. Was bedeutet das für mich? Die braune Farbe, was bedeutet das? Und das erklärt auch nochmal, was für Stärken Jungfrau hat, für welche Energie die Jungfrauenergie steht, wie man sie also auch anwenden kann, nutzen kann. Was man von Jungfrau lernen kann. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe übrigens ein neues Setup, etwas bessere Qualität und mal gucken. Ich muss noch von der Jungfrau, beziehungsweise, vielleicht habe ich das auch von der Jungfrauenergie gelernt, eine gewisse Routine, eine gewisse Routine, eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Ordnung behalten und haben. Und dafür war der Merkur rückläufig in Jungfrau auch nützlich zum Teil. Der Merkur war ja jetzt relativ lange hier in diesem Bereich Löwe-Jungfrau und dafür war der auch nützlich. Dass man darüber bewusst wird, dass man klarer denkt, mehr Ordnung schafft und bis alles kannst du auf dein Leben anwenden. Ganz klar. Das war es mit dem Video. War mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.